Fotos und Logos sind eigentlich auf die 2D-Welt begrenzt, doch ist es möglich, diese mit Hilfe eines 3D-Druckers in die 3D-Welt zu überführen. Dabei entstehen interessante Lichteffekte, wie das Beispiel dieses Engels zeigt. Dieser Effekt eignet sich bestens, um beispielsweise individuelle Lampen zu produzieren. Das Geheimnis der Umwandlung von 2D nach 3D liegt in der Zuordnung jeder Farbe bzw. Graustufe zu einer bestimmten Tiefe. Die Abstufung kann von Schwarz nach Weiß oder von Weiß nach Schwarz erfolgen. Die Umwandlung eines Bildes in Graustufen kann mit einem entsprechenden Bildbearbeitungsprogramm erfolgen. Dieses Bild kann nun in Rexprint eingelesen werden. Wichtig ist, die Parameter für die Umwandlung entsprechend einzustellen. Vor allem muss darauf geachtet werden, dass die Form Ebene gewählt wird. Zum Drucken sind noch weitere Parameter einstellbar, damit dieser gelingt. Zudem muss ein Verzeichnis für die Ausgabedatei gewählt werden. Danach kann diese Datei zum 3D-Drucker gesendet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Ergebnis überrascht im Gegenlicht mit einem plastischen Bild. Ebenso interessant ist die Formfunktion ROHR. Hier wird das 2D Bild auf einen Zylinder gelegt. Das Ergebnis überrascht im Gegenlicht mit einem Zylinder gelegt. Der 3D Drucker baut das Teil Sicht für Sicht auf. Musik Für einfache Stempel bietet Rexprint jedoch eine eigene Funktion. Musik 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 Musik